Dieses Expertenangebot der Woche ist ein echter Knaller zu einem Toppreis. Das VicoPulp 4G Smartphone hat ein 5 Zoll, das heißt 12,7 cm großes HD IPS Touch Display, das kontrastreich und farbenfroh abbildet. Jetzt wo der Sommer wieder losgeht, kennt ihr das bestimmt auch, dass ihr euer Smartphone in der Sonneneinstrahlung nicht mehr wirklich erkennen könnt. Das habt ihr bei diesem Smartphone gar nicht, denn bei extrem starker Sonneneinstrahlung hat dieses Handy Display eine verbesserte Lesbarkeit. Mit der 5 Megapixel Frontkamera mit Selfie-Weitwinkelfunktion und LED-Blitz könnt ihr jederzeit und überall, auch unter schlechten Lichtverhältnissen, euer perfektes Selfie schießen. Das VicoPulp 4G hat zudem eine 13 Megapixel Rückkamera mit Panorama, HDR und Profi-Modus-Funktion. Der 1,2 GHz Quad-Core Prozessor und das neueste Android-Betriebssystem machen dieses Smartphone leistungsstark und schnell. Zudem verfügt das Handy über 2 GB RAM und 16 GB Speicher, welcher bis zu 64 GB erweiterbar ist. Die Rückseite von diesem Smartphone hat ein schickes Leder-Design und ihr bekommt es in den Farben Schwarz oder Weiß. Dieses Expertenangebot der Woche erhaltet ihr in allen Expertfachmärkten oder unter www.expert.de für nur 149 Euro.